Hallo zusammen, ich bin Luciano, ich bin im dritten Lehrjahr als Gärtner im Büchel-Gartenbau und zeige heute einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Leonie, bist du bereit? Let's go! Für mich ist es schönster am Gärtner sein, dass man draussen sein kann, kreativ sein darf und natürlich auch mit Leuten zusammenarbeitet. Ein Highlight in meiner Lehre war definitiv, als man dann vom ersten ins zweite Lehrjahr gewechselt hat und man endlich auf den großen Maschinen sitzen durfte. Ich wollte unbedingt zum Büchel-Gartenbau kommen, weil es eine sehr grosse Firma ist, die breit aufgebaut ist und wir alles an Material haben, von einer Schaufel bis zu den grössten Bäckern und Hebebühnen. Wenn du unbedingt zu uns kommen willst, musst du offen sein, keine Angst haben, dreckig zu werden und sehr gerne draussen arbeiten. Ich wollte unbedingt Gärtner werden, weil ich sehr gerne draussen arbeite, weil es ein handwerklicher Beruf ist und es sehr abwechslungsreich ist. Was noch schön ist am Gärtner sein, man sieht immer wieder neue Orte und lernt die ganze Region ums Lichtenstein kennen. So, jetzt habt ihr einen Einblick in den Alltag als Landschaftsgärtner gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich genau jetzt bewerben. Für uns geht es aber erst mal in den Mittag. Tschau zämme!